so hallo und herzlich willkommen zurück zu fight for apparel wir haben unseren schönen boys gefangen letzte folge du kleiner süßer du kleiner süßer franz wir werden jetzt erstmal gucken was wir das weiter machen können wieder zurücklaufen das ist auch so ein untergang habe ich keine lust drauf aber wir brauchen trotzdem rothunde so deswegen geben wir uns trotzdem mal die frage ist doch mal überrascht wir ziehen die rothunde mal anders hin oder was jetzt rothunde jagen hier feile etc pp die vor mir ist der nicht ja auch noch sehr ekelhaft den kannst du dir holen hol ihn dir geht doch da gehe ich mal gucken genau das wollte ich nicht ich wollte mir nämlich einen köcher machen man kann die sachen upgraden Takaras Höhle ja leck mich doch am Sack das ist ja was was ich nicht wusste man sollte vorher lesen das ist das so ähm ja ich will trotzdem noch roten und fliegen für's hop back ich habe versucht anzugreifen lasst mir raten, der Volt kommt hier nicht hoch doch, weil er findet ihn anmogig ich kann diese beste 10, dass wir verkohlen da bin ich hier es war auf die drauf pinkeln du bist auch ein sack du bist ein kleiner sack du kannst dich auf leute pinkeln auch wenn sie tot sind ich drücke mal den falschen knopf ich bin wieder hier ok ja dann gehen wir mal ja es ist ein tiger Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! oh fuck ja 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 tushy komisch Ist wieder gepickelt. Was ist das? Ja genau, nimm erstmal das. Ja genau, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das, nimm erstmal das, nimm erstmal das. Ja genau, nimm erstmal das. Ja genau, nimm erstmal das. Ja, da war Schluss. Ja genau, nimm erstmal das. 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 Ja. Ja genau, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja genau, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja. Ja, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja, nimm erstmal das. Ja. Ja, nimm erstmal das. Ja. Ja, nimm erstmal das. Ja. von Ort gejuckt schon so ja komm Kriegs in der Hütte ja 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 Sammeln Sammelfähigkeiten was Pferdentahnungen Feuerfest und Nahrungsprozepte für Geschwindigkeitsbürste du findest jeden Tag ein Gehständen okay das ist ihr wieder ne ja was ist das meine Hütte meins so weit ja ho baut r 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 so wird auch sogar zwei rohstoffe entdecken rohstoffe finden mehr holzstücke steine schilf Ton und steigen heute für man heute okay so das ist das nächste Update das kann ich ja nicht. Mann! Dax fällt! Jawoll! Die brieße ich auch selber, wie saß sie. Hier ist irgendwo wieder ne Tasche. Ah da! Hör nie auf! Mal auch zu saufen, Alter. Lieber zu den Typen helfen. Das ist nicht gleich normal. Das ist nicht gleich normal. So viel Tänzei den Schamanen, Schamanen-Fähigkeiten. Interessant. Das war's für dieses Mal wieder. Wir haben ein paar Hütten aufgebaut. Dann hat der fürs erste Mal reicht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Tschau!